Leider kann ich heute Abend nicht hier sein, denn ich bin mitten in der Vorbereitung für die nächste Saison. Darum will ich jetzt in Spanien und nicht in Thurgau. Die Vorbereitung für das nächste Jahr ist jetzt im vollen Gang. Im Moment ist das vor allem Grundlagetraining, um die ganze Saison zu vorbereiten. Aber ich habe natürlich ein paar Hüge gepünkt. Da sind wir jedes Jahr Frühlingsklassiker in Belgien. Und das natürlich ganz speziell Tour de Suisse mit dem Start im Frauenfeld in Thurgau. Ich will jetzt noch weiterhin mein schönes Training durch den Thurgau geniessen. Ihnen wünsche ich einen ganz schönen Abend. Und falls jemand für mich gestimmt hat, natürlich noch vielen Dank. Einen schönen Abend miteinander. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend.